Hier ist Ihre Philharmonie Leipzig mit einem musikalischen Gruß. Hallo, ich heiße Chrissi Brunton, ich komme aus Schottland und meine Familie freut sich auch, das Video online zu sehen. Einen lieben Gruß an alle da draußen. Ich bin Thomas Scheibe und spiele Trompete. Und ich bin Gero und spiele in der Philharmonie Leipzig die zweite Posaune. Hallo, wir sind Jenny und Claudia Buchholz, Mama und Tochter und singen gerne die Carmina Barana im All. Hallo, ich bin Lisa. Hallo, mein Name ist Fernando Martinez. Hallo, ich bin Eriko Hoy. Hallo, mein Name ist Ute Wenzel und ich singe im Sopran. Hallo, mein Name ist Sven Geipel. Ich freue mich für Sie zu musizieren. Hallo, ich bin Christine und ich spiele Geige in der Philharmonie Leipzig. Hallo, ich bin Alejandro Barria und ich spiele das Cello. Hallo, ich bin Chiran und spiele Bratsche. Und weil wir jetzt leider nicht live für euch spielen können, machen wir das virtuell. Hallo, ich bin Teresa. Philipp. Hallo, ich bin Constanze Brunzig aus Halle. Hallo, ich bin Corinna Seifert. Ich freue mich, dass Herr Professor Köhler mit seinem Team in diesen schweren Corona-Zeiten auf digitalem Wege den Eingangsschor von Carmina Burana per Video produziert. Hallo, mein Name ist Anne Röding und ich spiele das Fagott. Hallo, liebe Freunde. Ich bin Holger Engelhardt, Konzertmeister der Philharmonie Leipzig. Eigentlich wollten wir am 3. April Karl Orffs Carmina Burana aufführen. Das geht leider nicht aufgrund der aktuellen Situation. Hallo, ich bin Tim Spielvogel und das ist Carmina Burana. Ich bin Tim Spielvogel und das ist Carmina Burana. Ich bin Tim Spielvogel und das ist Carmina Burana. Ich bin Tim Spielvogel und das ist Carmina Burana. Ich bin Tim Spielvogel und das ist Carmina Burana. Ich bin Tim Spielvogel und das ist Carmina Burana. Ich bin Tim Spielvogel und das ist Carmina Burana. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020